Wie kann man sonst schlicht der Verlierer sein? Kann ich nur sein Araber gewesen sein denn? Das glaube ich nicht mal. Schade. Ich bin Franzosen, ne? Ich sag's los. Sehr schön. Na dann können wir das nicht verlieren. Ich glaube unsere Franzosenquote ist nicht so gut. Echt? Ich hab nur noch mal einen mitgegeben. Auch wenn es gar nicht geplant war. Oh Scheiße. Schädel die Wiede. Kannste? Mitfassen. Ja. Nein. Nein. Nein doch. Wieso machst du den nicht? Was macht das denn jetzt? Was soll ich denn machen? Das weiß ich auch nicht. Ja dann linksseitig die Seite Rolle. Stimmt. Hast du auch wieder vergessen dass die gibt ja. 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 Man könnte die nämlich auch viel öfters im Tor nehmen. Die ich auch immer vergesse. Weißt du wenn du mit dich stehst und der Ball kommt links zur Seite und du willst ja erst längst erst nach links fährst zur Seite. Das dauert ja viel länger. Du brauchst ja einfach bloß diese Rolle zur Seite machen. Dann kriegst du den Ball ja viel eher. Ja. Und sehr gut. Oh. Weiß wie ich mein? Ja. Also wenn wir erst nach links lenken die Karre sich erst drehen muss da. Aber ich mach das auch nicht. Wird einfacher wäre. Ihr seid alle noobs ey. Nicht mal 50 Punkte. Kannst du nochmal? Ja. Weil jetzt irgendwie. Rechnet das denn nicht kommt. Ja. Ich vermitte. Kannst du bumsen. Oh mein Gott jetzt hätt ich mir aus. Ja. Ich vermitte. Oh der kommt nochmal schön. Ja. Kannst du nochmal frei? Ja. Ich nehm ihn. Ja. Druck. 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 Habe ich? Ja. Ja. Nice. Endlich klappt das mal so wie er kann man. Holst sie noch das Auto von Kars? Das kostet ja was. Ja. Dafür geb ich's Geld nie aus. Also die Quills. Schade. Ich weiß auch nicht mal für was ich das jemals ausheben werde. Weil man ist einfach so in dem weißt du? Nächsten Monat kommt gleich das Bessere. Ja deswegen. Man ist so in dem Sparmodus, dass man immer denkt, oh irgendwas geileres kommt doch noch. Das ist doch genauso wie mit dem Lied Cinema. Da dachte ich mir auch, boah das sieht das so geil, das würde ich mir eigentlich holen. Aber. Jetzt ist eigentlich ne. Da hat man's lange genug gehört, jetzt hat man eigentlich nicht mehr durch die Box drauf, oder? Ja. 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 Das sieht bei dem Mai aus. Gibt's offen. Nice. Warum hat denn der hier gewartet? Gibt's doch nicht. Wenn ich's vielleicht besser verteilen kann dann? Der wollte noch ein Bußfeld, der hat wahrscheinlich nichts mehr gehabt. Ja. Naja. Mach mal Trick. Okay. Machen mal Trick. Gute. Funktioniert. Funktioniert. Funktioniert ja. Bei so einem Dropkick hast du aber auch keine Chance. So schnell kannst du ja nicht hochspielen. So schnell kannst du ja nicht reagieren. Deswegen, die sind eigentlich am gefährlichsten, diese Dropkicks. Das geht ja nicht hin. Hab ich? Gönne ich mir? Sehr gut. Da muss ich aber nochmal ran. Gönne ich mir? Gönne ich mir? Jo, gibt's doch gar nicht. Gibt's doch gar nicht. Gibt's doch gar nicht. Gibt's doch gar nicht. Gönne ich mir ein bisschen berührt habe. Ich glaub, der ist noch im Forstenwetter gegangen. Ja. Alles gut. Hä? Ich hab dich doch gar nicht berührt. Doch, doch. Ich glaub, das ist von meiner Perspektive nicht ausgesehen. Wir sind komplett verlobt. Bestimmt Lakin. Ja. Hab ich. Hab ich. Oh. was mach ich denn da das war ja brain fack noch da ja ich würde das gucken ja ja da stand scheiße jetzt auch und ich können wissen wir habe ich einfach habe ich einfach gewartet ich wieso nicht warum kann ich mir nicht erklären er geht nicht rein habe ich wenn ich mir noch mal eine parade ich habe fast 1000 punkte ja ja angeber ich werde ja auch noch in die gange mach mach nein 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 hast du das mit den tausend punkten ich habe ich glaube nicht weil ich davor kam schon einmal mit 900 punkten das habe ich über dropshot gemacht hatte ich aber so viele spiele dass ich gerankt wurde und dann habe ich nicht mehr geschafft weil die gegner dann zu gut sind oder genauso gut wird dass man dann die nicht mehr so viel punkte schafft man kann es höchstens im 1 gegen 1 schaffen aber habe ich irgendwie auch gar keinen bock drauf aber 55 einmal eins spiele musste ja machen für den rocket pass oder den die season habe ich noch nicht ich habe eins schon gespielt das hat mich schon so ich ich hasse es einfach ist auch er macht es einfach so wie ich jetzt mal machst du zwanglos dann spielst du so lange bis sie aufgeben kannst nach so einer minute oder 1 30 und dann geht er schnell ich will nicht aufgeben doch weiter letztendlich macht kannst du dann zwanglos machen weil es war mir scheiß egal weil ich hasse es einfach ich hätte es abkontiert habe ich wir haben die autos oder ist bloß groß ich habe ihn berührt aber wie die haben die autos kars oder was er muss mir das noch mal angucken habe ich habe ich nicht das ist es geht wasser wenn ich mich an war ja hoch geht habe ich auch mann ich will ich musste nur einfach nur ja wie ist die labertasche ja du stehst da völlig verloren der kommt schön aber es ist zu langsam ja wenn er noch mal berührt habe ich ihn wenn er noch mal berührt habe ich ihn ich habe mich berührt ja das lasse ich nicht auf mir sitzen das darf ich mir na scheiße ich weiß nicht ob ich an die jetzt nicht zu fährlich alter snackerino das wäre irgendwie auch ein geldannahme für eine süßigkeit snackerino und dann noch so ein geiler spruch irgendwie so ein werbespruch den mann den mann nicht mehr verjisst das wärs habe ich ja ja gut da kommt muss ich letztens daran denken wie ich gesehen habe ernstdings family da denkst du auch mal daran ernstdings verringen wird gar keinen also nichts großartig ausgedacht und einfach ist der name gesagt aber sowas regt sich ein ich wusste nicht mal dass die da so einen jingle haben mit uns nicht mehr ist auch mal so eine kinderstimme ernstdings family ich dachte auch mal das heißt er erst erstdings das heißt ja ernstdings als ich mein ich bin mit anderer seite ich versuch's den bait zu machen scheiße sind wir reingekommen kannst du noch mal ach ne das ist eigentlich das ist ok i'm back in the gold oh shit oh shit schön du machst da richtig druck vorne druck 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 schön mitte oh das ist jetzt ein verdammt schön oh 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 ja sehr gut ich bin jetzt ich bin jetzt ja ja nice oh der war geil alter den habe ich mit dem heck ich erstmal hinkriegen würde vom selben vor gedrippelt ja das ist jetzt das ist jetzt ich bin jetzt auch ja das ist jetzt ich bin es lee auch aber ich bin ich in das ist ja es ist doch ja ja Oh lol. Don't hesitate, Bro. Nice. Hab auch keinen Boost mehr. Jetzt hab ich's wieder. Schön, war wichtig. Ja? Ich geh. Bis Mitte? Ja. No, nein. Das ist jetzt Scheiße. Alter Schwede. Da bin ich auf Risiko gegangen, aber bin ich gelohnt, ne? Hab ich! Sieg! Knapper, als es sein müsste, letztendlich. Der ist noch abgebracht. Zeit, wir haben noch gewonnen jetzt. Ja? 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 Ja?